Aus dem Roman Zorn oder wer erschoss Moritz Gottesmann. Der Anfang und eine weitere Stellung. Was wollen Sie? Wie kommen Sie herein? Verschwinden Sie? Was wollen Sie von mir? Hören Sie auf mit Ihrem Gelaber. Ich will schlafen, hören Sie? Ich will schlafen. Ihre Abschiedsrede war ein Haufen verlogener Phrasen. Gehen Sie, lassen Sie mich allein. Ja klar war meine Firmensoftware einsame Spitze. Nie vergessen, was ich für die Firma geleistet habe. Geleistet, geleistet, geleistet. Warum bellen Sie mir die Ohren voll? Ich will schlafen. Einsame Spitze, Spitze, spitze. Dröhnt mir Ihr Gelaber. Die Wohnung voll dröhnt von den Wänden, dröhnt vom Fenster herein, dröhnt aus dem Treppenhaus. Nein, hören Sie auf, verschwinden Sie doch endlich. Aber beim Hinausgehen schauen Sie hinauf zum Himmel, denn da oben kommen Sie milliardenfach vor. Unendlichkeit. Wissen Sie überhaupt, was das bedeutet? Wenn ich doch schlafen könnte. Topfhuber, geben Sie mir die Hand. Ich muss ins Bett. Helfen Sie mir aus dem Sessel. Wo sind Sie? Achso, Sie sind gar nicht da. Ach, nein, das war keine angenehme Nacht. In meinem Kopf summte ein Bienenschwarm. Ja, warum musste ich mich nach dem Abschiedsessen auch noch besaufen? Der erste Morgen als Frühpensionist, sagte ich, während die erste Tasse Kaffee aus der Maschine kam. Und nicht einmal ein frisches Croissant im Haus. Wenn wenigstens der Monatserste wäre, oder zumindest Montag, mitten in der Arbeitswoche, stehe ich vor dem Nichts. Du hast es so gewollt, sagte die Teekanne auf dem Fensterbrett zu mir. Außerdem wolltest du Teetrinker werden, sobald du nicht mehr jeden Tag so früh aus dem Bett musst. Und was hast du da in der Tasse? Gleich am ersten? Am allerersten Morgen deines Daseins als Frühpensionist wieder Kaffee? Da sieht man, was von deinen Vorsätzen zu halten ist. Halt die Schnauze, sagte die Kaffeemaschine zur Teekanne. Weißt du, was ich gekostet habe? Ich bin erst drei Jahre alt. Soll er mich auch in Frühpension schicken, mit drei Jahren? Tee trinkt man am Nachmittag. Am Nachmittag gehört er dir, wenn es sein muss. Am Morgen gehört er mir, damit das für die Zukunft klar ist. Ich rede gern mit den Dingen, wenn ich zu Hause bin. Ja, mit wem soll ich denn sonst reden? Ich bin nämlich ein Single. Und die Dinge reden mit mir, wenn sie gut drauf sind. Aber wenn die Dinge miteinander zu reden beginnen, dann weiß ich, dass ich zu viel getrunken habe. Du wolltest dein Abendessen unbedingt am Abend des letzten Arbeitstages haben, sagte Javier, seine markant geknickte Augenbraue hochziehen. Und das hast du jetzt davon? Den doppelten Katzenjammer? Es war besser so, sagte ich. Wenigstens habe ich es hinter mir. Abschied auf Raten. Na, nicht mein Fall. Aber das hilft mir nicht, diesen Tag zu überstehen. Vielleicht wäre es das Beste, mich noch einmal ins Bett zu legen. Und der Kopf brummt mir sowieso, wie eine alte Waschmaschine. Und morgen, sagte Javier, erst zu Mittag aus den Federn und zum Frühstückscafé vielleicht auch gleich das erste Glas Wein? Und übermorgen gar nicht aufstehen? Wenn du dein Pensionistendasein so angehst, gibst du dir besser gleich die Kugel. Ja, gib dir die Kugel, tönte es aus dem Wohnzimmer. Dein Leben hat sowieso keinen Sinn mehr. Mach dir nichts vor, dein Beruf war dein Leben. Was willst du denn noch? Warum musste sich jetzt auch noch der widerköpfige Krishna an der Wand über dem Fernseher einmischen? Aber wie überlebe ich diesen Tag, sagte ich. Mit uns, sagte die Teekanne. Ich, die Teekanne, die Kaffeemaschine, der Fernseher, der Herz, der Geschirrspüler, die Bilder an den Wänden, die Bücher, der Lesesessel mit der Stehlampe. Wir sind jetzt deine Welt. Ab heute bist du Pensionist. Es gibt ja auch noch die Bänke im Park und das Kaffeehaus. Und dort sitzen sie, zuhauf, solche wie du. Das halte ich nicht aus, sagte ich. Ihr könnt ihn mal, sagte Javier. Hast du dir nichts vorgenommen? Hattest du nicht für deinen ersten Tag als Pensionist einen Plan? Ich sage dir, heute oder nie. Javier ist ein Stein. Die Fotografie eines Steines, besser gesagt. Sie hängt an der Pinnwand über meinem PC. Ich ging nichts ahnend einen holprigen Gehweg in Spanien entlang. Neben dem Meer schaute er auf den Boden, um nicht zu stolpern, und sah plötzlich Javier. Er hieß natürlich noch nicht Javier. Er war einfach ein Stein, der aussah wie ein Gesicht. Ich nahm mein Handy heraus und fotografierte ihn. Er ist eines meiner Meisterwerke als Sammler von Zufallsgesichtern. Ich habe auch schon den General de Gaulle fotografiert, als abgeblätterten Fleck an einer Wand in Paris, der ihm aufs Haar glich. Und ich sagte, gut, du hast mich. Strich wieder will ich Butter und Marmelade auf zwei eine Woche alte Scheiben Toast, machte mir eine zweite Tasse Kaffee und begab mich ächzend unter die Dusche. Als ich auf die Straße trat, ging es mir besser. Mit einem klaren Ziel fühlte sich der erste Tag als Frühpensionist geradezu erträglich an. Den Wagen ließ ich stehen, eingedenkt des Restalkohols vom Vorabend in meinem Blut. In der Straßenbahnlinie 71 musste ich an den Ausspruch von Alfred Polgar denken. Die Simmeringer Hauptstraße sei die traurigste Straße Wiens. Sie beginne bei einem Krankenhaus und ende bei einem Friedhof. Sie sei der Darm der Stadt. Die Straßenbahn fuhr am ersten Tor des Zentralfriedhofs vorbei. Mein Ziel war aber nicht der historische beim ersten, sondern der neue jüdische Friedhof beim vierten Tor des Wiener Zentralfriedhofs. Hinter dem dritten Tor liegt man evangelisch. Hinter dem zweiten, in der bei weitem größten Abteilung, liegt die katholische Leiche zwischen der protestantischen und der konfessionslosen, die an gar nichts geglaubt hat. Ich wollte wissen, ob es ein Mann, den ich nie gesehen hatte, lange vor meiner Geburt geschafft hatte, seinem toten Sohn einen Grabstein zu setzen. Ich fand auch bald die Kanzlei und nannte den Namen Moritz Gottesmann. Die Dame in der Kanzlei benötigte keine zwei Minuten, um die Grabnummer zu finden. Verstorben am 18. April 1948 im Alter von 18 Jahren, Gruppe 18a, Reihe 26, Grab 17. Ich suchte auf der Übersichtstafel beim Linken der beiden Tore, die vom Vorhof ins Innere des Friedhofs führen. Die Gruppe 18a versuchte mir, ihre Lage zu merken und machte mich auf den Weg. Wir werden nie vergessen, was sie für die Firma geleistet haben. Nein, ihnen konnte niemand das Wasser reichen. Ich hätte fest an die Lage der Gruppe 18a denken, hätte auf dem Weg nur immer wieder die Lage der Gruppe 18a memorieren sollen, statt meine Gedanken an eine Firma zu verschwenden, die mich nichts mehr angeht. Die Gruppen waren unsystematisch geordnet, ja, oder ich erfasste die Systematik nicht. Leute, die ich hätte fragen können, waren nicht zu sehen. Ich kam an Gräbern vorbei, auf denen Steine lagen, auch an einigen mit Blumen. Auch an Toten, deren Namen ich schon gehört hatte, kam ich vorbei. Professor Stella Kadmon. B. hatte mir von ihrem kleinen Theater in der Biberstraße im Keller des Café Brückel neben dem Denkmal des katholischen Bürgermeisters Lueger erzählt. Sie hatte dort schon vor ihrer Emigration ein literarisches Kabarett betrieben. Der liebe Augustin, hieß es, auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie in dem mit Kaffeehaustischen vollgestellten schmalen Raum Stücke zu spielen begann, die niemand anderer spielen wollte. Das Floß der Medusa von Georg Kaiser, die Krankheit der Jugend von Ferdinand Bruckner, auch die geschlossenen Türen von Sartre, die Geschichte von den zwei Frauen und dem Mann, für die in der Hölle keine weiteren Qualen als eine gemeinsame Zelle vorgesehen sind. Und eine gemeinsame Zelle für alle Ewigkeit, ohne Entkommen. Die Hölle sind die anderen. Hat der B. dort zum ersten Mal, aber gleich zweimal gesehen. Die großen Wiener Theater hatten das Stück verschlafen oder sich nicht darüber getraut. Später benannte die Kadmon ihr Theater in Theater der Courage um. Die bärtigen Herren mit Käppchen auf dem Kopf, die langsam im Auto an mir vorbeifuhren und die stehen blieben, als ich sie flehendlich ansah, erklärten mir freundlich lächelnd, sie würden sich hier selbst nicht auskennen. Mir fiel ein, dass man auf einem jüdischen Friedhof eine Kopfbedeckung zu tragen hat. Ich hatte es völlig vergessen, aber sie sagten nichts. Ich wanderte zum Tor zurück und prägte mir den Plan diesmal besser ein. Ich weiß nicht allzu viel vom jüdischen Glauben und jüdischen Bräuchen, aber ich weiß immerhin, dass ein jüdisches Grab niemals aufgelassen werden darf. Auch dann nicht, wenn keine Angehörigen mehr leben und sich schon lange niemand mehr darum kümmert. Offenbar lebten nur noch wenige Angehörige der Toten in der 26. Reihe der Gruppe 18a. Der Weg war eingesunken, Baumwurzeln ragten aus der Erde, die Grabsteine waren verwittert, viele Namen kaum mehr zu entziffern. Viele Inschriften waren in hebräischer Schrift, die ich nicht lesen kann. Grabnummern waren nicht zu erkennen. Ich versuchte vom Beginn der Reihe zu zählen und gelangte zu einigen von einer Hecke aus Efeu völlig überwucherten Gräbern. Eines davon musste die Nummer 17 sein, das Grab Moritz Gottesmanns, der Auschwitz überlebt hatte, von einer Wiener Polizeikugel getroffen wurde und zwei Jahre später im Wiener Allgemeinen Krankenhaus seiner Verletzung erlag. Aber welches? Das Abschiedsessen lag mir noch im Magen. Ein perverser Genuss, so ein Firmenabschiedsessen, Leichenschmaus in Anwesenheit des Toten. Auch die Leiche lässt es sich schmecken. Das Lokal und das Futter sind ja jedes Mal klasse. Man muss schließlich repräsentieren. Leicht vergoldeter Handshake im vergoldeten Ambiente. Pfeifhaft, das vergoldete Ambiente. Aber der Fraß war ohne Tadel. Ich suchte einen Anhaltspunkt. Einige Gräber weiter gab es einen der wenigen Grabsteine mit gut lesbarer Schrift. Rosa Zuliani, gestorben 17.10.43 im 65. Lebensjahr. Edith Zuliani, gestorben 6.9.2002 im 80. Lebensjahr. Ich rechnete unwillkürlich nach. Wenn Edith Zuliani die Tochter Rosa Zulianis gewesen war, war Rosa schon über 40 Jahre alt gewesen, als sie das Kind bekommen hatte. Ich rechne ständig Dinge nach, die mich nichts angehen. Computermenschen sind Zahlenmenschen. Edith Zuliani war im März 1938 erst 15 Jahre alt gewesen. Ob die Eltern sie noch weggeschicken konnten? Ob die mir unbekannte Edith hier überlebte? Ob sie ihren Vater umgebracht hatten? Ob sie vielleicht nur Halbjüdin gewesen war in der Diktion der Nazis? Hat es einen arischen Mann und Vater gegeben in der Diktion der Zeit, der beide beschützte? Eine Grabnummer war auch hier nicht zu sehen. Edith, sagte Javier, du hättest den Wagen nehmen sollen. Du musst noch einmal zurück und nach der Nummer dieses Grabes fragen. Ganz schön weit. Aber du bekommst sowieso einen Bauch. Also los! Ich wanderte also ein weiteres Mal zurück. Mit der Auskunft der Dame in der Kanzlei, dass Zuliani Grab habe, die Nummer 20, konnte ich drei Nummern zurückzählen. Unter welchen Umständen mochte Rosa Zuliani im Herbst 1943 in Wien gestorben sein? Der junge Moritz Gottesmann, der bei meiner Geburt längst in der Erde lag, spukt auf eine diffuse Weise in meinem Kopf herum. Er war neben einem offenbar ebenso vergessenen Menschen mit einem viel größeren Grabstein begraben worden oder der ebenso vergessene Mensch neben ihm. Sein Grabstein, wenn es einen gab, war klein. Er war eine Delle im Efeu-Gestrüpp neben einem kleinen Berg von Efeu, der einen mehr als mannshohen Grabstein völlig unter sich begraben hatte. Da die Grabsteine Rücken an Rücken standen, konnte sich unter der Delle im Efeu auch ein Grabstein der anderen Seite verbergen. Ich hätte zumindest eine Gartenschere benötigt, um festzustellen, ob der Grabstein zum Vorschein kam, den ich suchte, oder die Rückseite eines fremden Grabsteins. Und um zu erfahren, ob es der Vater Moritz Gottesmanns, einer der vielen DPs im damaligen Wien, noch geschafft hatte, einen Stein für das Grab seines von der Wiener Polizei erschossenen Sohnes zu beschaffen, bevor er sich auf den Weg in den jungen Staat Israel machte. Sein tödlich verwundeter Sohn hatte dessen Geburtswehen in seinem Bett im Wiener Allgemeinen Krankenhaus mit stürmischen Emotionen verfolgt. Der Vater wollte nur noch zu seiner in Tel Aviv in einer Klinik untergebrachten Tochter, die seit der Befreiung in einer anderen Welt lebte. Die Peace Displaced Persons entwurzelte, aus ihrem Leben Gerissene, Versprengte, über ganz Europa verstreute, die man nirgends wollte. Vater, Sohn und Tochter waren bei der Selektion an der Rampe für arbeitsfähig befunden worden. Drei Überlebende einer großen Gruppe gemeinsam deportierter Juden aus Munkatsch. Die übrigen Mitglieder der Familie, unter ihnen Gottesmanns Mutter, waren sofort ins Gas gegangen. Was hat mich hier herausgetrieben? An das Grab eines 18-Jährigen, an den niemand mehr denkt außer B, dann und wann. Woher diese plötzliche Mischung von Trauer und Zorn auf dem jüdischen Friedhof vor einem mit Efeu zugewachsenen Grab, nach dem seit vielen Jahrzehnten niemand mehr fragt. Plötzlich spürte ich nur noch Zorn. Eine Welle von Zorn, Zorn auf Gott und die Welt. Ich hätte auf irgendetwas einschlagen können. Wäre etwas da gewesen, worauf ich hätte einschlagen können. Das Schicksal dieses mit 18 Jahren Verstorbenen, dieses nach zwei Jahren im Spital verstorbenen jungen Mannes hatte mich interessiert. Und vor dem Haufen wuchernden Efeus, unter dem kaum ein Grab mehr zu erkennen war, packte mich der Zorn. Wie hatte es geschehen können, dass auf einen jungen Juden, der vor einer Polizeiwachstube für die Freilassung zweier Verhaftete demonstrierte, geschossen wurde? Was waren das für Verhältnisse damals in Wien? So stand ich da. Einige Minuten vielleicht oder nur einige Sekunden. Vom Zorn überwältigt angesichts eines Schicksals, mit dem ich doch nichts zu tun hatte, das mich doch nichts anging. Ich riss mich zusammen. Was war das? Dachte ich. Legte meinen mitgebrachten Stein oben auf in das Efeu gestrüpp und ging zurück zur Straßenbahn. Die Leiche des Arbeitslebens. Die Leiche des Arbeitslebens hat sich nicht in Zurückhaltung geübt. Ihr zuliebe schließlich die ganze Veranstaltung. Letzte Ehre für die gehobene Arbeitskraft. Die gleichen Phrasen, die ich zu hören bekam, hatte ich auch selbst mehr als einmal von mir gegeben. Und der lebende Tote, er hält sich schon deshalb nicht beim Essen zurück, weil er diese Gespräche ertragen muss. Wie sich da unbeirrt der Fluss weiter wälzt, der noch vor wenigen Tagen sein Element war. Wie ihm plötzlich zu Bewusstsein kommt, dass er tatsächlich nicht mehr dazu gehört und er seinem eigenen Leichenschmaus in die kleinen Gaumenfreuden entflieht, die ihm sein Teller spendet und nur noch mit einem Ohr, aber höchstens schon mit einem Ohr die Gespräche wahrnimmt, die ihn nichts mehr angehen. So ist das nun einmal. Mein geheimer Zugang ins Firmensystem verlangt geradezu danach, genutzt zu werden. Was würde Günter Wallraff tun, wenn er einen solchen Zugang in ein Firmensystem hätte? Ich war sehr angetan von seinen Aktionen. Dabei war ich nie ein Revoluzzer, bin ein braver Bürger, durch und durch. Mathematik habe ich studiert, weil mich die Mathematik interessierte und ein Computermensch bin ich geworden, weil ich von dem, was mich interessierte, möglichst gut leben wollte. Nach mehr habe ich nie gestrebt. Ungerechtigkeit kann mich allerdings auf die Palme bringen. Vielleicht habe ich deshalb Wallraffs Bücher gelesen. Er steht immer auf der Seite der Schwachen und das macht ihn mir so sympathisch. Was würde ein Mann wie er mit dem geheimen Zugang in unser Firmensystem anstellen? Ich glaube, er würde eine wahnsinnige, eine völlig durchgeknallte Weisung der Konzernzentrale fälschen und dann abwarten, was passiert. Die spärliche Kommunikation der Firma mit dem Konzern würde ein solches Vorhaben sehr begünstigen. Etwas in dieser Richtung könnte man tun. Nein, nein, Finger weg. Nein, nein, nein. Denk an was anderes. Ich lebe in einem wechselbarten Gefühle. Manchmal denke ich nur, ach, hätte ich mir diese Möglichkeit doch nicht geschaffen. Wohin flüchten vor dieser Versuchung? Die Versuche, mich abzulenken, haben nicht funktioniert. Die Entscheidung ist gefallen. Heute Mittag um 12 Uhr erreichte Topfhuber folgende E-Mail der Konzernzentrale an CEO persönlich streng vertraulich. Die Interessen unseres Konzerns im Nahen Osten veranlassen uns zu einer personalpolitischen Maßnahme, die für alle unsere Unternehmen bindend ist. Wir teilen Ihnen hiermit die Weisung, sich von allen jüdischen Mitarbeitern so schnell wie möglich zu trennen. Wo immer sich ein entsprechender Anlass ergibt, ist mit Entlassung, ansonsten mit Kündigung unter den besten für das Unternehmen erzielbaren Bedingungen vorzugehen. Dass es sich um eine selektiv gegen die im Unternehmer beschäftigten Juden gerichtete Maßnahme handelt, darf keinesfalls bekannt werden, sollte ein solcher Verdacht von welcher Seite auch immer geäußert werden, ist unter allen Umständen mit Entschiedenheit abzustreiten. Diese Weisung ist streng geheim, diese E-Mail ist nach Lesen zu löschen. Der informierte Personenkreis ist möglichst klein zu halten, von Telefonaten in dieser Sache ist abzusehen. Sollten sich Rückfragen ergeben, haben diese ausschließlich per E-Mail zu erfolgen. Für die Durchführung sind Sie persönlich verantwortlich. Die Konzernleitung. Ich ließ Wasser in einen Kochtopf laufen, deckte ihn zu und stellte ihn auf den Herd. Während das Wasser im Topf heiß wurde, dachte ich, Topfhuber gleich wird dir heiß werden. Als das Wasser siedete, warf ich einen Suppenwürfel und ein paar Nudeln hinein. So, dachte ich, jetzt hast du es gerade zum dritten Mal gelesen. Du kannst nicht glauben, was du liest, aber es steht da. In seiner ganzen Unbegreiflichkeit. Inzwischen bist du wohl aufgesprungen und rennst wie ein Verrückter in deinem Zimmer auf und ab. Kurz bevor ich den Topf vom Feuer nahm, warf ich auch noch ein paar gefrorene Shrimps aus dem Tiefkühler hinein. Dann goss ich die fertige Suppe in eine Suppenschüssel, goss sie in den Topf zurück, goss sie wieder in die Suppenschüssel, noch einmal in den Topf und zurück in die Schüssel, um sie abzukühlen. Man muss sich ja nicht auch noch in der Küche den Mund verbrennen. Und dann ließ ich Wasser in den leeren Kochtopf laufen, damit er sich später schnell reinigen ließ und begann mit dem festen Vorsatz, an die Suppe nur an die Suppe und an nichts als an die Suppe zu denken, genussvoll zu löffeln. Doch man kann seinen Gedanken nicht befehlen. Topf Huber, dachte ich, du könntest jetzt einsam entscheiden, diese Weisung einfach zu ignorieren oder sie einsam zu befolgen oder einsam zu überlegen, was du ihr entgegensetzen kannst. Du wirst ein paar Minuten mit dir selber kämpfen und dann zum Telefon greifen und Monikas Anschluss wählen. Ich wusch die leere Suppenschüssel aus, trocknete sie ab, stellte sie in den Schrank zurück und reinigte und versorgte auch den Kochtopf. In meinem Single-Haushalt fällt so wenig schmutziges Geschirr an, dass ich den Geschirrspüler fast nie in Gang setze. Die Kaffeemaschine hatte ich bereits eingeschaltet, bevor ich mich mit der Suppe an den Küchentisch setzte. Nun nahm ich eine Kaffeetasse und eine Untertasse heraus, stellte die Tasse unter den Auslass der Kaffeemaschine, drückte die Tasse für einen kurzen Espresso und stellte mir vor, wie Topf Huber jetzt zum Telefon griff. Monika, hast du einen Augenblick Zeit? Bitte lass alles liegen und komm gleich rüber. Wie oft hatte ich ihn das schon sagen gehört. Ich konnte geradezu physisch hören, wie er es diesmal sagte, drängender als sonst. Panik in der Stimme. Sie würde dieses Mal denn auch tatsächlich alles fallen lassen und zu ihm eilen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dachte ich, zeigte er jetzt mit der Hand auf seinem Bildschirm und sagt, bitte lichst das. Monika, ich weiß, wie du in bestimmten Momenten erstarrst, wie plötzlich kaminrote Flecke auf deinen Wangen erscheinen, bevor alle Farbe aus deinem Gesicht entweicht. Diesmal dachte ich, wird diesem Schauspiel ein schriller Schrei folgen. Das kann doch nicht wahr sein oder das gibt es nicht oder auch unmöglich, das geht doch nicht. Ihre Stimme kann sehr schrill klingen. Wenn sie sich aufregt, davon kann ich ein Lied singen. Es gab jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder würde er sagen, wir müssen das irgendwie umgehen und sie würde sagen, aber wie? Oder sie würde sagen, ja, wir müssen das irgendwie abbiegen und er würde sagen, aber wie? Ihre Beratung würde damit ändern, dass sie enden, dass sie die anderen einweiten. In zehn Minuten, so dachte ich, werden also meine lieben ehemaligen Kolleginnen und Kollegen eintrudeln. Die Mittagspause fällt heute aus. Monika ist nicht weniger in Panik als du, aber sie ist ein praktisch denkender Mensch, der auch in einer solchen Situation an das Nächstliegende denkt. Vielleicht ruft sie jetzt gerade in diesem Augenblick einer Sekretärin zu, sie soll beim Trischniewski anrufen, ein paar Dutzend Brötchen bestellen und weist sie an, sie dann auch gleich selbst zu holen und alle Anrufe, auch alle zu den Nebenstellen unbarmherzig in die ewige Warteschleife zu schicken. So ganz ohne weiteres befolgen würden sie die Anweisung der Zentrale auf gar keinen Fall. Also um dies auszuschließen, glaubte ich meine ehemaligen Kollegen gut genug zu kennen. Aber ob es Rückfragen geben würde, Ausflüchte, Winkelzüge, ob sie die Anweisung am Ende befolgen oder sich zu einem klaren Nein durchringen würden, das stand in den Sternen. Wenn sie Schwierigkeiten machten, musste logischerweise wiederum der Konzern Stellung nehmen. Also ich. Es lief mir kalt über den Rücken, aber nun gab es kein Zurück. Wie sollte die Zentrale also reagieren, wenn sie der Anweisung einfach ein striktes Nein entgegensetzten? Eine solche Situation war in der Welt der Konzerne nicht vorgesehen. Aber auch eine Anweisung wie die von mir Getürkte war meines Wissens noch niemals vorgekommen. Wie singulär die Situation war, in die ich die Firma hinein manövriert hatte, wurde mir erst so richtig klar. Ich glaube, auch Günter Wallraff hätte an meiner Stelle eine Gänsehaut bekommen. Was antworte ich Ihnen, wenn Sie mich fragen, ob ich übergeschnappt sei? Es muss natürlich heißen, wenn Sie dies, die Konzernzentrale, fragen, auf der Weisung beharren und mit personellen Konsequenzen drohen, wie weit kann ich dieses Spiel treiben? Wenn Sie sich nicht beugen, ist mein Experiment geglückt. Aber wie beende ich es? Wie komme ich wieder raus? Ich stelle mir vor, wie sie einer nach dem anderen hereinkamen. Max Mustafa, der nichts dagegen hatte, dass ihn alle Musti nennen. Ein Patrick, nicht meiner. Klarerweise Richard, wie sie um den Besprechungstisch Platz nahmen. Wie Topfhuber sie begrüßte, sich erfolglos einen lockeren Ton abquälte. Mit belegter Stimme meinte, die Mittagspause falle aus. Doch Monika habe bereits für Proviant von Trishniewski gesorgt. Wie Karl der Witzbold halblaut meinte, die Firma sei doch hoffentlich nicht pleite. Ach, doch dann fiel mir ein. Richard ist doch Jude. Falsch kombiniert, Alter, dachte ich. Sie können nicht in Richards Anwesenheit beraten, ob sie die Juden hinauswerfen sollen. Aber eine Teambesprechung ohne Richard werden Topfhuber und Monika auch nicht riskieren. Richard würde sehr schnell erfahren, worum es gegangen ist. Jetzt tappe ich völlig im Dunkeln. Ringen Sie sich trotz allem zu zweit zu einer einsamen Entscheidung durch? Ziehen Sie einen nach dem anderen unter dem Siegel der Verschwiegenheit ins Vertrauen? Nun kann ich nur noch darauf warten, was Sie dem Konzern zu sagen haben. Ich habe nach dem Abschicken der Weisung den Computer ausgeschaltet. Ich muss es mir jetzt verbieten, ihn schon wieder einzuschalten. Ich muss mich eisern dazu zwingen, es zu unterlassen. Ich würde nur auf den Bildschirm starren. Ich würde womöglich verrückt vor Ungeduld. Ich muss etwas anderes tun. Etwas anderes tun. Etwas anderes tun. Aber was? Ich ging ins Kino. Nachher irgendwo essen. Aber ich wusste nachher nicht mehr, welchen Film ich gesehen hatte. Ich wusste nichts von der Handlung. Nur, dass es eine Schießerei gegeben hatte. Und erinnerte mich auch nicht mehr daran, was ich gegessen hatte. Ich kam erst am späten Abend zurück und stürzte natürlich sofort zum PC. Topfhuber hatte dem Konzern geantwortet. Das hatte ich erwartet. Ich las die Weisung der Konzernleitung. Tangiere, Zitat, besondere Empfindlichkeiten am Standort der Firma. Zitat Ende. Und er mache darauf aufmerksam, dass einige seiner wichtigsten Kunden ein besonderes Vertrauensverhältnis zu Mitarbeitern hätten, die bei Befolgung der Weisung gehen müssten. Und dass diese Kunden nicht verstehen würden, warum man sich ausgerechnet von Mitarbeitern trenne, die ihr besonderes Vertrauen besäßen. Gerade im Sicherheitsbereich sei das Vertrauensverhältnis des Kunden zu Betreuer von besonderer Bedeutung daher erscheines Geboten, die Weisung unter Bedachtnahme auf die besonderen Umstände noch einmal zu überdenken. Schwer zu sagen, was mich an diesem Schreiben in Rage brachte. Vielleicht lag es an seiner gewundenen Ausdrucksweise. Vielleicht daran, dass Topfhuber mit keinem Wort auf die absolute Unmöglichkeit dieses Ansehnens einging. Die besonderen Empfindlichkeiten am Standort der Firma waren, fand ich ein starkes Stück. Er würde keine Freude mit der Antwort haben. Ich ließ ihn wissen, die Konzernzentrale Beharre auf ihrer Weisung. Wahrscheinlich hat mich der Teufel geritten, als ich hinzusetzte. Rückfragen einiger unserer Konzernbetriebe veranlassen uns zu folgender Präzisierung. Die Weisung betrifft nicht nur die Glaubensjuden, sondern auch alle sogenannten Geltungsjuden im Sinne der seinerzeitigen Nürnberger Gesetze. Der Bezug auf diese Gesetze dient lediglich der Klarstellung und ist keinesfalls etwa im Sinne einer Sympathie mit dem verbrecherischen NS-Regime zu verstehen. Notfalls werdende Recherchen über die Herkunft ihrer Mitarbeiter sind unter größter Diskretion vorzunehmen. Unsere Interessen im Nahen Osten gebieten zwingend die genannten Maßnahmen. Obwohl ich mich hundemüde fühlte, fand ich in jener Nacht wenig Schlaf. Ich hatte das Gefühl, eben erst eingeschlafen zu sein, als plötzlich die Fragen wie Gespenste im Dunkel rund um mein Bett standen. Und wenn keine weitere Rückäußerung der Firma mehr kommt? Warten? Einen Tag, zwei Tage, drei Tage lang? Was spielt sich in der Zwischenzeit in der Firma ab? Was tun, wenn Topfhuber die Weisung befolgt? Ich dämmerte endlich ein wenig weg, fuhr aber nach wenigen Augenblicken, die freilich auch eine halbe Stunde oder mehr gedauert haben konnten, wieder mit dem Gefühl auf, dass mich die Vorstellungen, die mich am Einschlafen gehindert hatten, auch im Schlaf unvermindert bedrängt hatten. Ich hatte da etwas losgetreten, dessen weitere Entwicklung sich nicht nur meinem Einfluss, sondern möglicherweise auch meiner Beobachtung entzog. Ich hatte das Gefühl, eine Flaschenpost mit einer tödlichen Botschaft ins Meer geworfen zu haben. Ich kannte Richards Empfindlichkeit. Und wenn er durchdrehte, sobald er fuhr, was hinter seinem Rücken im Schwange war? Irgendwann in dieser Nacht fuhr ich schweißgebadet auf, ohne sagen zu können, ob mich die Vorstellung, Richard könnte heimgefahren sein, einen Strick genommen und sich aufgehängt haben, im Halbschlaf heimgesucht oder ob ich daran gedacht oder ob es losgelöst von mir, in mir gedacht oder ob ich es geträumt hatte. Ich war in dieser Nacht nahe daran, aufzustehen, den Computer anzuwerfen und die Botschaft vom nicht autorisierten Alleingang einer Führungskraft loszuschicken. Nein, Richard war nicht der Mann, sich umzubringen. Er war auch qualifiziert und erfahren genug, um jederzeit wieder einen Job zu finden, sollte mein Experiment misslingern und die Firma die Weisung befolgen oder hätte es sich in diesem Falle sogar um ein Gelingen des Experiments gehandelt. Diese Überlegung beanspruchte mich so, dass ich darüber wieder einmal wegschlummerte. Doch die nächste Attacke des tückischen Nachtmaßes blieb nicht aus. Ich bekämpfte sie mit der Vorstellung, wie ich den gekündigten und verzweifelten Richard unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit ins Vertrauen zog. Der totale Irrwitz der Vorstellung war mir in meinem halbwachen Zustand zwar klar. Ich wusste, welche Schadenersatzklagungen mir im Falle eines Falles drohten, doch die schizophrene Vorstellung von einem Gespräch, das niemals stattfinden würde, genügte, um mich zu beruhigen und in einer Welt der wirren Träume, an die ich mich später nicht mehr erinnern konnte, sinken zu lassen. Den Rest der Nacht schlief ich schlecht und recht durch. Ich stand am Morgen zwar ziemlich durchgedreht auf, sah die Sache nun aber wieder nüchterner. Ich musste sie durchstehen. Ich musste einen Weg finden, mich über die Vorgänge in der Firma zu informieren. Falls sich Topf Huber nicht mehr meldete, war dies das nächstliegende Problem. Die Fragwürdigkeit meiner Handlungsweise stand mir vor Augen, aber ich hätte, was ich am Vortag getan hatte, wahrscheinlich auch an diesem Tag wieder getan. Den Bezug auf die Nürnberger Gesetze hätte ich mir allerdings nicht noch einmal geleistet. Dabei hatte mich der Teufel geritten. Nein, nicht der Teufel, sondern nur eine Verhaltensweise, die ich an mir selbst ganz und gar nicht mag, zu der ich mich aber immer wieder hinreißen lasse, nämlich einem Einfall, der mir plötzlich einschießt und der mich spontan fasziniert, in der Sekunde zu folgen und erst nachher darüber nachzudenken. Nun dachte ich, vielleicht würden es diese Sätze sein, die das ganze Experiment platzen ließen. Die Monika oder einem der ehemaligen Kollegen oder sogar Topf Huber selbst, dem ganz blöd war der Mann ja nicht, ausrufen ließ, Hoax, 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 wir sind einem Scherzbold aufgesessen, vielleicht konnte ich sogar froh sein, wenn es so kam. Ich hatte nicht damit gerechnet, schon am nächsten Tag jemanden von der Firma in die Arme zu laufen und ausgerechnet Max, mit dem ich so manche Partie Schach gespielt hatte, wir spielten gleich gut, also der durchschnittliche Wiener Kaffeehaus-Schachspieler hätte gesagt, gleich schlecht. Hallo, sagte Max, wo kommst denn du her? Aus der U-Bahn, sagte ich. Na, dich schickt der Himmel, sagte er. Du, ich bin ausgehungert nach einer Partie Schach. Ich auch, sagte ich. Mach mal was aus. Ja, warum nicht gleich, sagte Max. Versuchen wir es doch im D-Glas, vielleicht gibt es dort noch Schachbretter. Ich antwortete, ich bin in Eile, ich kann leider nicht. Wie wäre es denn morgen? Ich dachte, als Frühpensionist hättest du Zeit wie Mist. Das war natürlich jetzt gerade eine klassische Fehlleistung. Freud hätte seine Freude gehabt. Ich meine natürlich als Frühpensionist. Maxens Wortspiele waren einst legendär. Mitunter steigerten sie sich zum Feuerwerk. Ach, sagte ich. Wortspiel. Hast du nicht schon vor Jahren Abstinenz gelobt? Ein Rückfall, sagte er. Ich bin und bleibe Gründer, Präsident und einziges Mitglied der anonymen Wortwitz-Abstinenten. Die Kunst eines Alfred Polgar ist tot. Die Werbung, der nichts zu blöd ist, hat die Kunst des Wortspiels usurpiert, trivialisiert und restlos zerstört. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass Max zu jenen Mathematikern zählt, die sich mit einer ausschweifenden Rede Ausgleich für die präzise Ausdrucksweise ihres Metiers verschaffen. Ja, aber wieso hast du es so eilig, sagt er. Wo du doch keine Enkelkinder hast, soviel ich weiß. Fließen die Säfte noch? Stellst du einer knusprigen Frühpensionistin nach? Ich muss in die Nationalbibliothek. Einer der Bibliothekare hat ein Buch für mich zurückgelegt, der hat aber nur bis Mittag Dienst. Na, was hast denn du in der Nationalbibliothek zu suchen, sagte er. Bist du unter die Studierendenseioren gegangen? Philosophie, vielleicht. Genügt er die Mathematik nimmer? Hat dich als Ruheständler der Erkenntnis dran gepackt? Ich hatte dich ja manchmal im Verdacht, so ein verkapptes Fäustchen zu sein. Nein, sagte ich, mit der Philosophie habe ich nach wie vor nichts am Hut. Na Gott sei Dank, sagte er. Du, das freut mich für dich, weil zwei meiner alten Lehrer studierten nämlich auf ihre Alten-Tag-Philosophie und dann wurden sie plötzlich senil. Ich vermute einen Kausal-Nexus. Ich kann ihn leider nicht beweisen, bin aber ziemlich sicher, dass er besteht. Schließlich ist die Philosophie schon für ganz junge Menschen nicht sehr gesund. Wie kommst du jetzt darauf? Mit dem Kopf gegen die Wand rennen ist nicht gut für den Kopf, sagte er. Und was ist die Philosophie denn anderes als ein geistiges den Kopf gegen eine Wand rennen? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum gibt es uns und wofür? Na, welcher normal gebaute Schädel heult das auf die Dauer aus? Für diese Fragen sind die Erlöser zuständig. Die sterben sowieso nicht aus. Wachsen auch immer wieder welche nach? Leider. Das war der alte, unverfälschte Max. Ich hatte es zwar angeblich eilig, aber das Gespräch machte mir Spaß. Ich sagte, ich kenne aber schon ein paar Philosophen, die munter blühen und gedeihen und denen die Philosophie offenbar nicht schadet. Den Burger, den Gliesmann, den Sloterteig. Das sind keine Philosophen, sagte er. Das sind Feuilletonisten. Meister der gehobenen Schwadronage, geadelt durch ihren Lehrstuhl. Wer einen Lehrstuhl unter dem Hintern hat, den quälen ja auch die letzten Fragen nicht mehr. Habe ich nicht recht? Du blickest so skeptisch. Blicke ich skeptisch? Der falsche Respekt war schon immer deine Schwäche. Außerhalb der Mathematik gibt es keine Wahrheit. Aber möglicherweise beurteile ich sie zu hart. Vielleicht haben die Philosophen ja überhaupt längst das Fach gewechselt und spielen jetzt die Bußprediger der Gesellschaft und zugleich ihre Beichtväter. In der einen Hand die Geißel, in der anderen die Absolution. Die Jesuiten konnten es nicht besser. Die Psychologen sind dabei freilich eine ernstzunehmende Konkurrenz und erst die Analytiker. Max hätte auf diese Weise glatt seine Mittagspause mit mir verplaudert, aber ich zog Leine. Jetzt müsse ich mich aber beeilen. Das zurückgelegte Buch, der Dienstschluss eines Bibliothekars war natürlich gelogen. Eine spontane Eingebung hatte mich dazu veranlasst, die freundliche Einladung, die mir doch so gelegen kam, nicht sofort anzunehmen. Wahnsinn, wie der Plan aufgeht, hatte ich noch gedacht. Doch dann war mir auch noch eine andere Überlegung eingeschossen. Vielleicht will er seiner Empörung über die Weisung Luft machen, dachte ich, und dich um Rat fragen. Vielleicht redet er offen. Und nachher, dachte ich, steigen ihm die Bedenken auf, weil er dir ein Firmengeheimnis verraten hat, ausgerechnet dir. Vielleicht fragt er sich dann, warum du ihm ausgerechnet heute in der Spiegelgasse in die Arme gelaufen bist. Er wollte mich aushorchen. Daher die scheinbar zufällige Begegnung wird er sich dann womöglich denken. Und was er dann denken wird, wenn die ganze Sache auffliegt, na, das kann ich mir ausrechnen. Das alles ging mir in Sekundenbruchteilen durch den Kopf. Wenn ich leider keine Zeit habe, wenn ich jetzt keine Schachpartie mit dir spiele und die Gelegenheit, dich auszuhorchen, vorbeigehen lasse, bin ich unverdächtig. Wer dir mit der Absicht, dich auszuhorchen, in die Arme läuft, der hat es nicht eilig. Der läuft nicht wegen eines Buches weiter, das in der Bibliothek auf ihn wartet. Der lässt das Buch warten. Der nutzt die Gunst des Augenblicks. Gut gemacht, dachte ich im Weitergehen. So bist du unverdächtig. Du hast dich auf kein ungefährliches Spiel eingelassen, dachte ich. Seid scheit. Übe dich in Geduld und benimm dich morgen nicht wie einer, der nach Neuigkeiten aus der Firma giert. Verhalte dich keinesfalls wie einer, der nur darauf wartet, etwas zu hören. Nein, du wirst selber drauf loserzählen. Du wirst ihm etwas erzählen. Du wirst ihm erzählen, was dir gerade einfällt. Aber du wirst reden. Denn die meisten Menschen wollen nicht zuhören, sondern selber reden. Nur Spione sind gute Zuhörer. Wer seinerseits drauf losquatscht, gerät nicht in den Verdacht, spionieren zu wollen. Vielen Dank.